Achsenschnittpunkte quadratischer Funktionen bestimmen. Wir haben hier eine Funktion, quadratisch natürlich, in Polynomform vorliegen, das heißt also in diesem Stil hier, in dieser Darstellungsform, mit einem Quadratterm, mit einem Linearterm und mit einem Konstantterm. Und wir sollen zu dieser quadratischen Funktion die Achsenschnittpunkte finden. Und da fängt man immer an, sich erstmal zu überlegen, wie könnte diese Funktion aussehen. Also bei der Polynomform ist es natürlich schwierig, das zu sagen. Das Einzige, was ich hier erkennen kann, ist, dass es auf jeden Fall eine Parabel, die nach oben geöffnet ist, weil der Faktor von dem x² positiv ist. Außerdem ist die Parabel um zwei Einheiten gestreckt, im Gegensatz zu einer Normalform. Das heißt also hier zum Beispiel vom Scheitelpunkt eine Einheit nach rechts, zwei nach oben. Das weiß ich auch, aber so richtig die Lage kann ich nicht sehen. Ich weiß nicht genau, wo sie liegt. Das kann man aus der Polynomform kaum erkennen. Okay, also entweder man nimmt jetzt sozusagen eine Wertetabelle, setzt ein paar x-Werte hier ein, kriegt y-Werte und dann zeichnet man die. Oder man lässt es erstmal bei dem Gedanken, die man eben gerade gemacht hat, und zeichnet noch nicht. So, was wir jetzt machen als erstes ist, wir wollen den Schnittpunkt mit der y-Achse ausrechnen. Die Bedingung für einen Schnittpunkt mit der y-Achse ist immer, ich setze x gleich 0 und das ist in der Polynomform schön einfach, denn wenn ich x gleich 0 setze, dann fällt ja vorne der Quadratterm weg, es fällt der Linearterm weg und es bleibt einfach nur das absolute Glied stehen, das ist 5. So, das heißt also 5 ist y0, das ist sozusagen der Funktionswert, an dem dir der Graph, also die Funktion, die y-Achse schneidet. So kannst du das einmal eingeben, nur mit dem Funktionswert. Du kannst aber auch wirklich einen Schnittpunkt liefern, dann hast du aber einen Punkt, das heißt du musst eine x- und y-Koordinate eingeben. sy steht für Schnittpunkt mit der y-Achse und dabei ist der x-Wert immer 0, weil ja die y-Achse auf x-Höhe 0 steht, das sieht man ja hier, hier ist die x-Achse und die y-Achse steht auf x-Höhe 0, das heißt der x-Wert muss immer 0 sein. Und ja, der Funktionswert von diesem Schnittpunkt ist ja das, was wir eben gerade auch schon angegeben haben, die 5, wird dann da einfach eingesetzt, fertig. So, dann Schnittpunkt mit der x-Achse. Immer das Gegenteil setze ich als Bedingung 0. Brauche ich also Schnittpunkt mit der x-Achse, muss ich y gleich 0 setzen. Das heißt also, y gleich 0 bedeutet ja, meine Funktion insgesamt gleich 0 zu setzen. Also setze ich 0 ist gleich die Funktion, die ich gegeben habe. Dann, ja, was kann man machen? Also ich probiere zum Beispiel jetzt hier eine quadratische Gleichung zu lösen und überlege mir, es ist alles da, Quadratglied, Linearglied, Konstantglied. Kann ich eigentlich nur ABC-Formel oder PQ-Formel machen? Ich glaube, ich mache hier PQ-Formel. Deswegen teile ich einfach mal durch 2, das heißt, ich brauche hier die Normalform. PQ-Formel geht ja nur, wenn vor dem x-Quadrat eine 1 steht. Nur dann, ansonsten machst du Fehler. Also teile ich hier durch das, was vor dem x-Quadrat steht. Somit muss ich natürlich auch alle anderen Summanden durch 2 teilen. Minus ein Viertel geteilt durch 2 ist minus ein Achtel und 5 geteilt durch 2 sind 2,5. So habe ich jetzt die Gleichung in Normalform, kann meine PQ-Formel ansetzen, sehe auch, das P ist minus ein Achtel und das Q ist 2,5. So schreibe ich mir raus und das setze ich dann einfach oben in die PQ-Formel ein. So, da wir das jetzt schon ein paar Mal gemacht haben, überspringe ich das Ganze so ein bisschen. Hier siehst du es ja, wie es eingesetzt ist, dann wird ein bisschen gerechnet. So, dann wird nochmal ein bisschen gerechnet und dann sehe ich, tada, unter der Wurzel, das nennt man ja Diskriminante, was da steht, kommt ein negativer Wert. Und wir können für reelle Zahlen, sozusagen, also solange wir uns im reellen mathematischen Bereich befinden, und das tun wir in der Schule eigentlich immer, solange finden wir zu einer negativen reellen Zahl keine Lösung, wenn wir daraus die Wurzel ziehen. Und deswegen ist hier ein mathematischer Fehler und man kann sagen, es gibt hier keine Lösung für diese Gleichung. So, das heißt, mit anderen Worten, auf unsere Thematik, die wir hier besprechen, die Funktion f besitzt keine Schnittpunkte mit der x-Achse. So, habe ich jetzt hier nochmal ein Bild, genau. Und das kann man auch gut sehen, denn dieser Graph befindet sich ja vollständig über der x-Achse. Der kommt auch nirgendwo wieder runter, weil so eine Parabel ist halt nun mal so, die geht nach hier links oben ins Unendliche und hier nach rechts oben ins Unendliche, kommt aber nie runter Richtung x-Achse. Deswegen wird es keinen Schnittpunkt geben und hättest du jetzt hier was ausgerechnet oder hätte das geklappt, dann hättest du einen Fehler gemacht, weil es gibt halt keine Durchstellen. So, das kann man ganz gut hier sehen. Deshalb macht es natürlich auch immer Sinn, nochmal das Ganze in GTA einzugeben, nochmal zu überprüfen, ist das, was ich gerechnet habe, richtig, solange dir jedenfalls der GTA zur Verfügung steht. So, das kann man ganz gut sehen.